Herzlich willkommen zum IMOX-Kurs Elektroschutz im Auftrag unserer Sicherheit. In dieser Einheit wird der elektrische Widerstand von menschlichen Körpern und Nutztieren behandelt. Dieses Video hat folgende Inhalte. Körperwiderstand bzw. Körperimbedanz, Wirkung von Gleichstrom auf den menschlichen Körper, Körperimbedanzen von Nutztieren und abschließend wird eine Zusammenfassung über den elektrischen Widerstand von menschlichen Körpern und Nutztieren gegeben, wobei der Fokus in dieser Einheit auf der Körperimbedanz bzw. dem Körperwiderstand liegt. Bereits im 19. Jahrhundert wurden Messungen zur Bestimmung des Körperwiderstandes bzw. der Körperimbedanz durchgeführt. Die Messungen fanden an Leichen, aber auch an lebenden Menschen statt. Die Messungen an lebenden Menschen waren in der Höhe auf einen bestimmten Spannungswert begrenzt. Damit konnte sichergestellt werden, dass es zu keinen Schäden am menschlichen Organismus kam. Aus den durchgeführten Versuchen wurden unterschiedliche elektrische Ersatzschaltbilder zur Beschreibung des menschlichen Körpers abgeleitet. Heute weiß man, dass das Modell von Freiberger das elektrische Verhalten des Körpers sehr präzise abbildet. In diesem Ersatzschaltbild stellt das Elektricum CH der Kapazität die oberste, nicht leitfähige Schicht der Haut dar. Gemeinsam mit dem Hautwiderstand RH beschreiben diese beiden Komponenten die Hautimbedanz ZH. Der Innenwiderstand des menschlichen Körpers wird durch den Widerstand RK abgebildet. Mehr dazu aber auf den folgenden Folien. Auch Professor Biegelmeyer führte Messungen der Körperimbedanz durch. Bis heute sind seine Versuche einzigartig, da er sich selbst der Gefahr einer hohen Spannung aussetzte. Diese Versuche werden später noch genauer behandelt. Auf dieser Folie wird nun auf die Hautimbedanz bestehend aus dem Widerstand und der Kapazität eingegangen. Der Hautwiderstand RH ist nicht konstant, sondern ändert sich mit der Berührungsspannung sowie der Stromdichte. Ebenso ist dieser von der Kontaktfläche der Elektroden, der Körpertemperatur, aber auch von Umwelteinflüssen abhängig. Kommt es zu einem unerwünschten Kontakt mit Elektrizität, bestimmender Widerstand und die Kapazität der Haut, den durch den Körper fließenden Strom. Der ohmsche Anteil wird dabei von der Stromart, sprich ob Gleich- oder Wechselstrom anliegt, bestimmt. Der kapazitive Anteil fällt bei DC weg. Kommt der Mensch in Kontakt mit höheren Spannungen, bricht die Haut an der Berührungsstelle durch. An den Hand- und Fußflächen kommt es ab ca. 500 Volt zum Durchbruch der Haut. An den restlichen Körperstellen reicht eine Spannung von rund 200 Volt aus, um die Haut zum Durchbrechen zu bringen. Nach dem Durchbruch der Haut ist der Körperinnenwiderstand der bestimmende Faktor. Dieser ist vom individuellen Körperbau abhängig und weist einen konstanten Wert auf. Aus den Messungen an Leichen wurde festgestellt, dass der Körperinnenwiderstand bei einer Durchströmung von einer Hand zu einem Fuß oder von einer Hand zur anderen Hand einen konstanten Wert von 1000 Ohm aufweist. Die wesentlichen Anteile der Körperinnenwiderstände liegen in den Extremitäten. Der Körperinnenwiderstand wird dabei von der Körpergestalt bestimmt. Dabei nehmen die Gelenke und die Gliedmaßen eine wesentliche Rolle ein. In der auf dieser Folie dargestellten Abbildung sind die Prozentwerte des Körperinnenwiderstandes für den jeweiligen Körperteil in Bezug auf den Stromweg Hand zu Fuß angegeben. Die angeführten Werte wurden von Freiberger bei Berührungsspannungen für Wechselstrom ermittelt und stellen auch für Gleichstrom einen Richtwert dar. Wird der Strom an den durch die Kreise markierten Positionen eingespeist, müssen die Impedanzanteile, welche an der Stromeintrittsstelle durch Pfeile angedeutet sind, hinzugezählt werden. Für die Ermittlung der Gesamtkörperimbedanz werden die im Stromweg liegenden Teilimbedanzen des Körpers aufaddiert. Die Prinzipschaltung der Körperimbedanzen, das heißt das vereinfachte Ersatzschaltbild, ist im Video mit den konkreten Anwendungsbeispielen enthalten. Auch in der aktuellen Norm IEC TS 60479-1 2018 findet sich das elektrische Ersatzschaltbild für die Körperimbedanz des Menschen basierend auf dem Modell von Freiberger wieder. Bestimmend für die Körperinnenimbedanz bzw. dem Körperinnermiderstand ist der Stromweg. Die Berührungsfläche beeinflusst den Wert der Körperinnenimbedanz bzw. des Körperinnermiderstandes nur geringfügig. Wie bereits zuvor beschrieben, kann das Verhalten der Körperinnenimbedanz ZI als überwiegend ohmsch beschrieben werden und ist von der Frequenz unabhängig. Daher spricht man auch vom Körperinnermiderstand RI. Wie auf den vorangegangenen Folien beschrieben, stellt die Hautimbedanz jene Impedanz dar, welche zwischen einer auf der Haut aufliegenden Elektrode und dem darunterliegenden leitfähigen Gewebe auftritt. Bei höheren Berührungsspannungen nimmt der Einfluss der Hautimbedanz ZS ab. Die Impedanz nähert sich an den Körperinnermiderstand ZI an. Die Gesamtkörperimbedanz CT lässt sich in weiterer Folge aus der vektorellen Summe des Körperinnermiderstandes und der Hautimbedanz bestimmen und besteht aus einem ohmschen sowie kapazitiven Anteil. Die Körperimbedanz CT ergibt sich bei Wechselspannung aus dem ohmschen Gesetz durch die Effektivwerte der Berührungsspannung UT und dem Körperstrom IP. Bei länger anliegender Gleichspannung entfällt der kapazitive Anteil aufgrund der Sperrwirkung des Kondensators und der Körpergesamtwiderstand RT reduziert sich auf einen rein ohmschen Widerstand. Der Körpergesamtwiderstand RT errechnet sich aus der Berührungsspannung UT und dem Körperstrom IP. Für die Bestimmung des Körperstroms in der Praxis geht man allerdings von einer gemäß Norm bekannten Körperimbedanz bzw. einem Körperwiderstand in Abhängigkeit des Stromweges aus und ermittelt über die vorliegende Spannung im Fehlerfall den durch den Menschen fließenden Körperstrom. Wollen Sie die praktischen Anwendungsbeispiele nun ansehen oder mit der Lektion weitermachen? Im Jahr 1990 führte Professor Biegelmeier Messungen des Körperwiderstands bei Gleichspannung sowie Messungen der Körperimbedanz bei Wechselspannung bis 200 Volt im Selbstversuch durch. Die Spannung von 200 Volt konnte aufgrund der hohen Schmerzen und der lebensbedrohlichen Gefahr für die Gesundheit nicht weiter erhöht werden. Diese Messungen sind bis heute einzigartig und lieferten Erkenntnisse, welche aktuell in der Literatur zitiert werden und auch in der internationalen IEC-Norm 60479-1 Berücksichtigung fanden. Aus den Aufzeichnungen von Professor Biegelmeier geht hervor, dass die Versuche mit 200 Volt anhand sechs unterschiedlicher Versuchsreihen durchgeführt wurden. Diese unterscheiden sich hinsichtlich der Berührungsfläche, das heißt der Elektrodenfläche, dem Stromweg durch den Körper, dem Einschaltzeitpunkt sowie dem Benetzungszustand der Haut. Aus den Versuchen wurde abgeleitet, dass bei Elektrounfällen über 100 Volt der Ausgang des Unfalls primär vom Durchströmungsweg abhängig ist. Im Gegensatz dazu haben die Feuchtigkeit und die Berührungsfläche, das heißt ob klein oder groß, einen geringen Einfluss. Die erste Versuchsreihe wurde mit trockenen Händen durchgeführt. Der Stromweg verlief von der linken zur rechten Hand. Die Berührungsspannung wurde stufenweise von 25 bis 200 Volt erhöht. Der starke elektrische Schlag bei 200 Volt bewirkt, dass der Körper hochgehoben wird. Bei derartigen Spannungen verspürte die Versuchsperson starke Schmerzen in Muskeln und Gelenken. Professor Bieglmeier schützte sich bei den Versuchen mit in Serie geschalteten FI-Schutzschaltern. Durch diese Versuche erbrachte er den Nachweis, dass der Fehlerstromschutzschalter, auch FI genannt, den Menschen bei indirektem und direkten Berühren aktiver Teile von Betriebsmitteln schützt. Das vollständige Video wird in diesem Kurs zur Verfügung gestellt. Da Gleichstromanwendungen mit hohen Betriebsspannungen, wie beispielsweise BV-Anlagen sowie Elektroautos, einem stetigen Zuwachs unterliegen, werden auf dieser Folie die Wirkungen von Gleichströmen auf den menschlichen Körper überblicksweise dargestellt. Auf die bestehenden Grenzwerte und physiologischen Wirkungen wird detailliert in einem eigenen Video eingegangen. Für geringe Gleichströme, die für die Gesundheit keine Gefahr darstellen, sind die Wirkungen auf den menschlichen Körper gut erforscht. Die Messungen wurden hier direkt an menschlichen Probanden von unterschiedlichen Forschern durchgeführt. Bemerkenswert dabei ist, dass während des Stromflusses keine eigentliche physiologische Wirkung auftritt. Mit Ausnahme von einem Wärmegefühl bei hohen Stromstärken wurden physiologische Wirkungen im Sinne von Verkrampfungen bei Gleichstrom meist nur in den Schaltmomenten beschrieben. An der Kontaktstelle der Elektroden wurde von den Probanden ein Krippeln wahrgenommen, welches sich mit steigender Stromstärke zu einem schmerzhaften Stechen veränderte. Eine andauernde Verkrampfung der Muskulatur konnte bislang nur bei einer geringen Anzahl von Unfällen beobachtet werden. Daher konnte keine Loslassschwelle für Gleichstrom abgeleitet werden. Eine Muskelverkrampfung aus physiologischer Sicht ist jedoch nicht ausgeschlossen. Untersuchungen zu den Wirkungen von DC-Strömen sind derzeit Teil eines umfassenden Forschungsprojektes der Firma ETHEN und wissenschaftlichen Partnern. Im Rahmen dieses Projektes wird unter anderem der Auftritt von Herzkammerflimmern bei Gleichströmen im Detail analysiert. Da es immer wieder zu Stromunfällen mit Nutztieren kommt, wird im Folgenden auf die Körperimbedanz von Nutztieren näher eingegangen. Für Nutztiere wie Rinder sind drei Stromwege von Relevanz. Der erste erstreckt sich beim stehenden Tier vom Kopf zu den Vierbeinen. Dieser Fall tritt bei einer Durchströmung von einer metallenen Kette zu den Vierbeinen oder beim Berühren der metallischen Tränkeanlage unter Stromableitung über die Vierbeine auf. Ein weiterer relevanter Durchströmungsweg ergibt sich von den Vorbeinen zu den Hinterbeinen. Dabei überbringt das Tier Potenzialdifferenzen auf dem leitenden Boden. Die Durchströmung eines liegenden Tieres stellt den schlimmsten Fall dar. Dabei fließt der Strom vom Kopf oder Hals zur Auflagefläche des Körpers. Diese Durchströmung entspricht der Durchströmung von der Brust zum Rücken beim Menschen und stellt hinsichtlich der auftretenden Impedanz einen Extremfall dar. Die Schwellenwerte für den Auftritt von Herzkammerflimmern bei Wechselströmen für Nutztiere sind gut erforscht. Die durchgeführten Versuche wurden primär zur Ableitung der auftretenden Gefahren für den menschlichen Organismus herangezogen. Prinzipiell liegt die Flimmerschwelle für Nutztiere höher als für den Menschen. In dieser Tabelle sind die Flimmerschwellen für verschiedene Nutztiere für drei Sekunden Elektroschocks dargestellt. Dabei ist eine Abhängigkeit vom Gewicht der jeweiligen Spezies erkennbar. Das Herz größerer und somit meist auch schwererer Tiere wird erst bei höheren Strömen in den Zustand des Flimmerns versetzt. Neben dem minimalen und maximalen Flimmerbereich ist hier auch ein Mittelwert für den Auftritt von Herzkammerflimmern angegeben. Bei den durchgeführten Versuchen und Messungen zur Bestimmung der Körperimpedanz wurde das Rind analysiert und eine Bestimmung des Hufwiderstandes durchgeführt. Rechts auf dieser Folie ist das Ersatzschaltbild eines Rindes zu sehen. Dabei ist die Näherung zulässig, dass die vorliegenden Impedanzen dem ohmschen Widerstand für den jeweiligen Stromweg gleichgesetzt werden können. Da die Hinterbeine kräftiger als die Vorbeine ausgebildet sind, ergeben sich im Vergleich zu den Teilkörperwiderständen der Vorbeine geringere Werte. Der Widerstand Rumpfvorbeine mit Huf weist einen Wert von 700 Ohm auf. Dahingegen beträgt der Widerstand Rumpfhinterbeine mit Huf 500 Ohm. Der Hufwiderstand R4 ist ein rein Ohmschar und beträgt 250 Ohm. Die hier angeführten Teilkörperwiderstände können für andere Tierarten, wie beispielsweise das Pferd, für die Niederspannungsschutzmaßnahme als repräsentativ angesehen werden. Der menschliche Körper wird aus einem Netzwerk von Widerständen und Kapazitäten abgebildet. Die Hautimpedanz besteht aus dem Widerstand und der Kapazität der Haut und beide bestimmen den durch den Körper fließenden Strom. Die ohmsche Komponente der Haut Rh ist für Gleichstrom DC und für Wechselstrom AC verschieden. Der Körperinnenwiderstand ist dadurch beschrieben, dass die wesentlichen Anteile in den Extremitäten liegen. Besonders die Körpergestalt und die Gelenke sowie die Gliedmaßen beeinflussen den Körperinnenwiderstand. Der Körperinnenwiderstand beträgt rund 1000 Ohm bei einer Durchströmung von einer Hand zu einem Fuß oder von einer Hand zur anderen Hand. Der Gesamtkörperwiderstand bzw. die Gesamtkörperimpedanz ergibt sich aus der vektoriellen Summe der Körperinnenimpedanz und der Hautimpedanz. Kommen wir nun zur Zusammenfassung des elektrischen Widerstands von Nutztieren. Die Flimmerschwellen für Nutztiere liegen höher als für den Menschen. Die Schwellenwerte für Herzkammerflimmern, zum Beispiel für das Schaf, sind gut erforscht, da aus diesen Versuchen die Gefahrengrenzen für den Menschen abgeleitet wurden. Über die Gefahrengrenzen für den Menschen erfahren Sie in einer weiteren MOOC-Einheit mehr. Dies war das Modul über den elektrischen Widerstand von menschlichen Körpern und Nutztieren. Das gesamte Video über die durchgeführten Versuche von Professor Biegelmeier wird in dieser Lektion des MOOCs zur Verfügung gestellt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017